Es gibt nichts mehr zu essen, tut mir leid. Da hinten ist so ein Brötchen. Nein, das kann es dir nicht geben. Oh, ich bin gut. Ich bin froh. Здraube. Ich sehe Ducha. Ich sehe Ducha. Ich sehe Ducha. Ich sehe, ich muss sich insüßern. Vielleicht. Ich bin dran. Okay. Ich habe so einen komischen Traum gehabt. Terrain. Pull up. Slide slow. Pull up. Windshear. 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 Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und habe es angeguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone jeden Teil super.